Herzlich Willkommen zum Prospekte Angebote de Kanal. Vergessen Sie nicht das Video zu mögen und den Kanal zu abonnieren. 1 kg Rinderhackfleisch 6,66 Euro. Ferrero Rocher 2,49 Euro. Gustavo Gusto Pizza 3,49 Euro. Streichminis 1,29 Euro. Abraham Schinken Spezialitäten 1,11 Euro. 1 kg Bugbraten von Jungbullen 8,99 Euro. Halbes Schwein pro Kilogramm 3,49 Euro. 125 g Himbeeren 1,79 Euro. 500 g Paprika Rot 1,29 Euro. Elektronischer Energiesparregler 14,99 Euro. Ebbe und Flut Mineralwasser 4,49 Euro. 1 kg Bananen 1,99 Euro. 1 kg Äpfel Rot 1,49 Euro. 125 g Heidelbeeren 1,99 Euro. Eisbergsalat 99 Cent. Milkaner Kondensmilch 99 Cent. Iglo Spinat 1,59 Euro. Pizzateig mit Tomatensauce 1,49 Euro. Chicken Nuggets 2,69 Euro. Milram Porridge 1,49 Euro. Galaxi Lichterkette oder Sternenstaub Lichterkette 16,99 Euro. Duftkerzenglas 1,49 Euro. Räucherhaus 4,99 Euro. LED Leuchtstäbe 7,99 Euro. Sticker Buch Adventskalender 6,99 Euro. Kinder Maxi Mix Adventskalender 9,99 Euro. Socken Adventskalender 14,99 Euro. Kinder Mini Mix Adventskalender 6,49 Euro. Bio Gemüse 2,69 Euro. Barbarie Entenkeule 4,79 Euro. Entenpfanne 13,99 Euro. Knusperente 6,49 Euro. Entenbrustfilet 6,79 Euro. 2,00 Kilogramm Junge Ente 4,99 Euro. Krüger Cappuccino 2,04 Euro. Freschene Mederano Tinto 2,24 Euro. Deskjet Drucker 44,44 Euro. Kasseler Nacken 5,99 Euro. 1 Kilogramm Clementinen 1,49 Euro. 6 x 1 Liter Beerenmarke Haltbare Milch 5,99 Euro. Nordbrand Nordhausen Pfefferminzlikör 3,49 Euro. Wir hoffen, dass euch unser Video gefallen hat und ihr uns auch in Zukunft unterstützt. Um nichts zu verpassen, könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr es mit einem Daumen nach oben markiert und mit euren Freunden teilt. Auf diese Weise können wir noch mehr Menschen erreichen und unsere Community vergrößern. Wir freuen uns auch immer über eure Kommentare und Feedback. Lasst uns gerne wissen, was euch gefällt und was wir noch verbessern können. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.